Soll ich mal Justine Facetime anrufen? Das ist auch interessant, genau das, was ich in dem Video sage. Ja, ich weiß es, ich wollte es nicht sagen. Wenn das dafür sorgen kann, dass du dann irgendwie dein Leben freier leben kannst und glücklicher bist, dann ist doch geil. Ja, aber jeder weiß, ich rede ununterbrochen, ich bin extrovertiert, ich habe Empathie, die Leute fühlen sich verstanden und irgendwo auch gesehen. Deswegen muss ich es eigentlich machen, weißt du, weil ich als Frau da stehen kann und voll die Wand bin. So, mir kann keiner was, dass ich dich getroffen habe, weil du hast mich tatsächlich krass geprägt in der letzten Zeit. Allein, dass es hier keine vernünftigen Rollläden gibt in Mexiko, dass es glaube ich richtig gut ist eigentlich, dass ich ausgezogen bin oder erstmal raus bin aus der Wohnung, auch für unseren persönlichen Vibe so. Komm, ich rufe mal. Soll ich mal Justine Facetime anrufen? Aber das wird man kaum sehen können. Hauts? Nicht dringehen, Naamann? Hallo? Was geht? Ich gucke gerade in dein Live. Guckst du gerade, wa? Ja, Mann. Aber jetzt nicht mehr, oder? Doch, warte mal, ich muss auf den Computer. Ah, du guckst auf den PC. Ich bin zu Hause, ich gucke jetzt auf den Computer. Ja, geil, oh Mann, danke, Leon. Alles gut. Alles gut. Voll cool, ey. Voll. Aber du musst dann... Voll cool, ja, ich hab deine Live. Du musst dann aber auch durchziehen, ne? Also wenn ich jetzt hier die Leute schon rüberschicke, etc. und so. Wir sind jetzt hier, wir sind live drin, ne? Wir sind live drin. Das ist voll der Druck jetzt, weißt du, wie ich meine? Also es ist eigentlich gut. Du brauchst es. Es ist eigentlich gut, weil man dann Verantwortung hat sozusagen, so ein bisschen. Wenn jemand was von dir erwartet, willst du ja die Leute nicht enttäuschen. Ja. Aber es ist auch so ein Druck, was mich ein bisschen stressen könnte, aber ich glaube im positiven Sinn, wenn ich ehrlich bin, weil ohne Scheiß, Leon, ich hab die letzten Tage so mir Gedanken gemacht wegen diesem YouTube, das verfolgt mich so richtig in meinem Kopf. Ja, ja. Ich hab das dir auch gut eingetrichtert, so. Ja, Mann, ich schwör's nicht, ich seh dich immer noch sitzen im Wohnzimmer, ne? Manchmal, ich denk immer, ich geh jetzt auf dein Zimmer und da sitzt der leer und noch so, irgendwie, ich hab dieses Bild so in meinem Kopf drin, ne? Und ja, es hat mich sehr krass motiviert, auf jeden Fall. Mann, das ist auch wichtig, ich seh dich da voll, weißt du, wie ich meine? Ich guck, ich guck, ich hab mir jetzt das Video reingezogen und wie du redest und was du da machst. Du bist ja schon YouTuberin quasi, nur du ziehst halt nicht durch. Du hast ja auch nicht umsonst schon so viele Videos gemacht quasi. Weißt du, was ich meine, so? Ja. Ja, ich hab früher tatsächlich wirklich, also ich hab schon viele Videos online, ne? Auch viele richtig schreckliche Kack-Videos, die ich am liebsten auch, ich hab auch einige schon gelöscht, ne? Es war ja katastrophal früher. Meine ersten Videos sind so schlecht einfach. Aber klar, ich hab ja früher schon angefangen vor fünf, sechs Jahren, ne? Glaube ich. Ja, ne? Ja, ja. Ja, das ist echt ne, ist ne geile Aktion von dir, Leon. Vielen lieben Dank. Ich meine, klar, manche Leute feiern, ich weiß, dass nicht jeder jetzt so ein Gelaber feiert, ne? Nicht jeder findet das, ähm... Ja, nicht jeder kann damit was anfangen, sag ich mal. Aber ich freu mich natürlich wirklich extrem, wenn jemand damit was anfangen kann. Weil manchmal bringt es ja einfach was, wenn man jemanden, weißt du, manchmal unterhält man sich mit jemandem und das fruchtet so ein bisschen. Und dann bin ich schon zufrieden, weißt du, wenn, wenn, auch wenn es so vielleicht 20 Leute sind, die das sagen, ey, geil. Ja, aber siehst du ja jetzt schon, ich hab ja schon in den Kommentaren gelesen, so, da waren ja schon viele Leute, die von mir irgendwie auf dich aufmerksam geworden sind und da stand schon, du sprichst mir aus dem Herzen und du sagst genau das, was ich denke, bla bla bla. Ja, ja. Weißt du, was ich meine so? Also es gibt ja schon genug Leute, deswegen ist auch das, ähm, warum ich mich frage, wie du nicht motiviert sein kannst, wenn du das schon siehst, dass du alleine, keine Ahnung, bei 1000 Abonnenten 500 Views machst, das macht keiner so, weißt du, wie ich meine so? Also du, du, du machst ja schon, du kriegst ja schon eigentlich voll die gute Aufmerksamkeit, Kommentare, Leute schreiben dir, so ist doch klar, du musst, du musst es durchziehen, so. Ja, ja, und das ist auch interessant, ne? Genau das, was ich in dem Video sage. Ja, ich weiß, ich wollte es nicht sagen, ich wollte es nicht sagen. Nee, 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 das stimmt, aber nee, nee, ich bin ja auch so, guck mal, das, was ich sage, ich bin mir bewusst dessen, ne? Aber ich struggle ja selber auch noch, also ich bin ja jetzt auch nicht schon ausgelernt oder so, was man sowieso nie ist, ne? Ja, aber bei YouTuber sein ist halt meine größte Challenge, das ist die allergrößte Challenge für mich und ich habe viele schon so selber, ne, mit mir abgemacht und irgendwie auch für mich erreicht, sage ich mal, manche Ziele, aber dieses YouTube-Ding, ach, das ist so eine Challenge. Weißt du, was ich meine, so, das passt halt auch voll zu deinem Shit, so, weißt du, was ich meine, so, ich meine, du gehst ab und zu gerne mal mit einem Van raus und pennst irgendwo, du, 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 du reist auch gerne, du bist gerne frei auch, du willst gerne nicht irgendwo gebunden sein, habe ich auch das Gefühl. Das passt halt perfekt, wenn du deinen YouTube-Shit machst und die Leute einfach auf der Reise mitnimmst und wenn du das irgendwie zu deinem Job machen kannst und damit irgendwie Geld verdienst, dann, dann ist das halt nice, weißt du, wie ich meine, weil das ist ja dann, dann kannst du quasi mit dem, was dir Spaß macht, halt auch Money verdienen, du musst halt nur mal den sauren Apfel beißen und dir halt dann diese Struggles geben mit Videos schneiden und Programmen etc. und so, aber wenn das dafür sorgen kann, dass du dann irgendwie dein Leben freier leben kannst und glücklicher bist, Digga, dann ist doch geil. Ja, auf jeden Fall, also ich, ich sehe mich ja selber auch da drin, vor allem, weil auch Freunde von mir oder Bekannte mich immer supporten, ne, mit der Sache, jeder hat bis jetzt gesagt, das Team macht das, also es gab, glaube ich, keinen, der immer gesagt hat, das Team macht das nicht, weißt du nicht, meiner, das ist eigentlich krass, ja, aber jeder weiß, ich rede ununterbrochen, ich bin extrovertiert, ich habe Empathie, die Leute fühlen sich verstanden und irgendwo auch gesehen und können sich mit mir connecten, weißt du, wie ich meine, ich bin ja auch sehr, äh, vertrauens... Ja, du bist dafür gemacht, für diesen ganzen Scheiß, das, was ich halt auch mache, so, YouTuber, Podcast kannst du vielleicht machen, du könntest sogar auch Interviews cool machen mit anderen Leuten und so ein Shit, weißt du, wie ich meine, so, einfach halt Vibes, so, einfach, weil du kannst halt, das Wichtigste ist reden und das kannst du, entertainen und reden, das ist so das Wichtigste, weißt du, und das hast du von Haus aus schon am Start, ohne, dass du das groß üben musst oder so, ich genauso und deswegen sind wir da, das ist auch irgendwo unsere Verantwortung, weißt du, weil viele strugglen bei dem Thema und wir halt nicht, so und deswegen müssen wir es halt nach außen tragen auch, denke ich halt, ne? Ja, stimmt schon, ich denke das auch, eigentlich ist es schon, du hast es gut auf den Punkt gebracht, dass wenn man das doch fühlt, dass man, dass es seine Gabe ist, ist es eigentlich nicht korrekt, wenn man das dann nicht macht, wenn man noch helfen könnte, weißt du, wie ich meine? Ist so. Und aber, und vor allem, weil du bist jemand, du hast ein hartes Fell und ich auch, ich war, ich war zehn Jahre auf Mallorca Promoter, also, ich kann auch, wenn hier Hate kommt und Leute sagen, was für ein Bullshit labert die alte Verbrauchte oder so, dann geht mir rein und raus, es interessiert mich einfach nicht und das meine ich wirklich ernst, warum? Weil ich so viele Jahre auf Malle war und jeden Tag mit besoffenen Männergruppen zu tun hatte, die irgendeine Scheiße gelabert haben und deswegen, und das, und das, deswegen muss ich es eigentlich machen, weißt du, weil ich als Frau da stehen kann und voll die Wand bin, so, mir kann keiner was und ja, ich weiß, also, ich sehe es selber auch irgendwie, deswegen bin ich auch froh, dass ich dich getroffen habe, weil du hast mich tatsächlich krass geprägt in der Letztzeit, ich, das geht auch nicht mehr aus meinem Kopf jetzt raus, vor allem, wenn du auch mal sagst, dass ich aufhören soll mit den Ausreden, weil ich finde jeden Tag eine Ausrede, mein Computer hat das Speicher wieder voll, es ist immer irgendwas, aber ich muss halt Lösungen finden, ja, genau, genau und du weißt, ich bin auch immer am Start, weißt du, wie ich meine, so, wenn du mir konkrete Sachen sagst, wenn ich dir irgendwie helfen kann, unterstützen kann, keine Ahnung, wenn du ein Video mit mir drehen willst oder irgendwas, keine Ahnung, weißt du, ich bin ja auch da, so, wer weiß, wie lange ich noch hier in Mexiko bin oder so und in der Nähe auch vor allen Dingen, keine Ahnung, Alter, ich bin auf jeden Fall am Start, so, weißt du, es muss halt von dir selber kommen, die Motivation und dass du es machen willst, muss halt von dir kommen, das geht nicht anders, aber bei allem anderen kann man auch immer helfen und unterstützen, so, weißt du, wenn du eine Frage hast, auch vor allen Dingen und so, ich habe den Shit da jetzt auch schon ein bisschen länger gemacht und, ja, so viel ist es nicht, weißt du, wenn du dir einmal das beigebracht hast, wie du deine Videos vernünftig bearbeiten kannst, ich bin halt auch kein Fan davon, jetzt zum Beispiel zu sagen, so, such dir jemanden, der deine Videos schneidet, zum Beispiel, oder such dir jemanden, der das oder das macht, weil wenn derjenige dann nicht da ist, dann machst du wieder nicht weiter, weißt du, wie ich meine, so, so, deswegen, du musst dieses Grundhandwerk, was dazu gehört, um Videos aufzunehmen, bearbeiten und hochzuladen, das musst du einfach selber drauf haben, wenn dann irgendwann jemand kommt, wenn du es ein bisschen professioneller machen willst, der das dann ein bisschen professioneller macht und so, dann kannst du immer jemanden dann irgendwie, wenn da jemand kommt, dann kannst du das auch gerne dann abgeben, so, aber ich sage, du brauchst auf jeden Fall erstmal, diesen Grundhandwerk brauchst du selber, so, damit du halt nur von dir abhängig bist, ohne, dass du jemanden brauchst, um weiterzumachen, so, weil Menschen kommen und gehen, ich kenne es selber, deswegen, und du kannst es ja auch, man sieht es ja auf deinem Kanal, du bearbeitest deine Videos, wo du laberst, besser als ich, wo ich labere, wenn ich ein Video mache, wo ich nur rede, dann rede ich nur, da wird nichts mit eingeblendet oder irgendwas oder so. Ja, ja, ja. Ja. Ja, also tatsächlich die Videos, die letzten, die ich da gemacht habe, da war ich halt über krass motiviert, weil ich da die Kamera zur Verfügung hatte, das hat mir so einen Spaß gemacht. Ich will nicht wieder Ausreden suchen, aber ja, es ist gerade, ich, also das letzte Struggle war, dass ich die Videos nicht rüber bekomme vom Telefon, jetzt suche ich gerade die Möglichkeit, das einfach nur auf dem Telefon zu machen. Vielleicht, vielleicht würde mir das einiges erleichtern, weißt du, dass ich erstmal vielleicht easy anfange, dass ich nicht die ganze Zeit da wieder depressiv werde, weil da wieder irgendwas nicht geht, Alter, keine Ahnung, ich überlege halt gerade, wie ich erstmal anfangen kann, weil dann wird sich das auch fügen, nur der Beginn, weißt du? Du hast doch schon angefangen, ich wusste gar nicht, dass du, wann hast du diese Videos gemacht, das war kurz bevor ich gekommen bin, war? Ja, da hatte ich aber auch, wie gesagt, die Kamera, Leon, das war einfach für mich. Da hat alles super reibungslos geklappt, ich habe ein Video aufgenommen, mit der Cam reingesteckt, geschnitten. Jetzt hatte ich wieder Probleme, dass das Bild irgendwie nicht übertragen wird, dann der, irgendwas, ach, irgendwas ist halt immer, keine Ahnung, Alter. Hätte ich jetzt, ich sage es ja wirklich, mich würde das so krass motivieren, hätte ich zum Beispiel jetzt nur eine vernünftige Festplatte, die geht. Ja, meine Festplatten gehen alle nicht, Speicher ist immer voll, ich habe nur am Struggle mit so einem Scheiß. Früher habe ich geschnitten, das hat gehakt, Leon, weil ich keinen Speicher hatte. Weißt du, und ich hatte kein Geld zum Upgraden, dann habe ich meinen Computer abgegradet, das war schon, also so eine Sache halt. Ja, aber das ist halt, das gehört dazu, weißt du, was ich meine, so, das ist halt, das ist halt kein wirklicher Stein, der dir in den Weg gelegt wird, ein Stein, der dir in den Weg gelegt wird, ist, wenn du irgendwie, keine Ahnung, deine Hand brichst und dann nicht mehr irgendwie deine Hand nicht mehr bewegen kannst, so, weißt du, diese kleinen Technik-Struggles, so, da musst du halt durch, da musst du halt einmal durch, so. Dann guckst du, überleg dir halt für jeden, schreib dir, ja, du weißt ja, was für Probleme du hast und dann überlegst du dir für jedes Problem einfach eine Lösung, weißt du, ich meine, so, ich habe das auch gehabt. Ich habe wirklich die Sau, ich kriege dieses scheiß Bild nicht rüber, ich habe schon Video fertig. Ja, wir quatschen später nochmal, ich bin noch live gerade. Achso, sorry, ja, sorry, 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 Leute. So, mach dir mal klar, was wirklich dein Problem ist, so, und dann kannst du mir entweder eine Sprachmühe machen oder ich rufe dich nochmal an einfach. Ja, 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 genau, da reden wir nochmal drüber, sorry, ich habe das jetzt voll verpeilt. Alles cool, alles cool, alles cool, alles cool. Aber wie gesagt, ich würde dir ans Herz legen, ziehst du auf jeden Fall durch und keine Ahnung, und dann schneid halt mit dem Handy, wenn du es unbedingt mit dem Handy schneiden willst oder besorg dir eine Kamera, leih dir eine Kamera aus, Digga, gibt es 100% auch Kameraverleihs in Mexiko. Es gibt für alles eine Lösung, für alles. Ja, ja, ich werde das, ja. Wir werden da schon eine Lösung finden, mach auf jeden Fall weiter. Danke, Mann. Was geht die Tage ab bei dir? Ach, ich bin heute ein bisschen im Arsch, muss ich ehrlich sagen, also ich fühle mich echt müde und kaputt ein bisschen. Ich habe gestern so zwei Gläser Alkohol getrunken oder drei, ich war auf dem Geburtstag. Hey übrigens Leon, hast du gestern gesehen, sorry nochmal, ganz kurz, ich wollte, ich habe dir auch gestern diese, hast du gesehen, die Aussicht bei Jenny, wo die da wohnt in Puerto Cancun, die so fett in Hochhäuser, kostet 22.000 die Miete übrigens, wollte ich hier nur nochmal sagen, nur mal so. Es geht heute, ne? Mehr als 20.000 will ich nicht ausgeben, sage ich dir ehrlich. 20.000, 20.000 ist sogar schon zu viel. Ja, das ist der Unterschied, also ich liebe Playa de Camin, ja, ich liebe das, aber ich gehe halt auch voll gerne hin, ich weiß halt nicht, wie es da ist zum Leben, weil ich bin ja richtig in den Turi weit und das mag ich, aber ich weiß nicht, wie es auf Dauer wäre. Und Cancun, das ist schon sehr krass, ich merke die Energie immer, wenn ich hier bin, es ist halt normal so. Ja. Ja, es ist anders, es ist anders, ja. Ja, mal schauen. Guck mal, im Playa gehe ich einmal die Kinder lang und treffe zehn Leute. Ja, same, ich war heute einmal im Gym, ich habe schon fünf neue Leute kennengelernt, so. Ich meine, ich habe ja auch Bock darauf, so ein paar Amis zu sehen, ein bisschen zu quatschen, ein bisschen zu connecten und so. Ja, vielleicht ein, zwei Monate und dann komme ich back. Ja, das wäre mega, Mann, das wäre richtig cool, aber Jim, sag mal, da sind schon krasse Leute, oder? Bei dir da in dem Gym. Ja, wie gesagt, ich habe heute im Gym auch drei Leute kennengelernt, so. Ein Bruder, der auch richtig krass in Form war, ich habe einen getroffen, der Mr. Olympia startet, das ist die höchste Bodybuilding Challenge, also Bodybuilding Competition in der Welt und so und der geht da einfach an den Start, den habe ich auch in meinen Vlog ein bisschen eingebaut, also seid gespannt, Freunde, auf den nächsten Vlog, wisst ihr Bescheid. Ja. Ich habe das von in der Insta-Story nur gesehen, dass da so ein Typ war, der sah heftig aus. Ja, Digga, brutal. Also das ist schon krass, ich bin gespannt, also dieser eine Monat oder zwei Monate, je nachdem, wie lange ich hier bleibe, so, der wird auf jeden Fall wieder neue Ansichten für mich eröffnen und wieder einen neuen Vibe halt einfach so, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich entspanne mich da auch, also ich entspanne mich da auch, selbst wenn ich nächsten Monat zurückkomme nach Cancun oder nach Tulum gehe oder keine Ahnung wohin, ist auch nicht schlimm. Ich brauche dir ja erstmal nur mal wieder ein bisschen Ruhe, so, ein bisschen Abstand. Ruhe. So. Kannst du gut schlafen jetzt eigentlich? Ja. Ja? Ja. Ja. Es ist immer noch nicht perfekt so, ey, um perfekt zu schlafen, ich bin halt einer, ich brauche da voll viele Gegebenheiten, so. Die kannst du alle nicht, allein, dass es hier keine vernünftigen Rollläden gibt in Mexiko. Es gibt ja hier keine Rollläden, Digga. Immer nur so schlafen. Kannst du nicht so Schlafmaske, Entschuldigung, aber so Schlafmaske. Nee, da fühle ich mich, da fühle ich mich, da kriege ich Platzangst. Ah, okay, okay, verstehe ich. Stört sich dann, ja, okay. Ja, ja, weil ich das mache, ja. Aber das, alleine, dass es hier keine Rollläden gibt, so, ich frage mich, warum gibt es hier keine Rollläden, warum haben die nie Rollläden eingeführt hier in Mexiko, ich verstehe es nicht. So, gerade in so einem Land, wo jeden Tag gefühlt die Sonne scheint, so, ne? Ja. Verdammt. Keine Ahnung. Das Bett, guck mal, das Bett, das Bett ist geil, das Bett ist auch groß und big, aber es ist trotzdem auch immer noch so kurz. So, die Betten hier in Mexiko, wo ich in, wo ich in Miami war, ne, das war so Luxus für mich, Digga, da war es zum ersten Mal wieder ein normales Bett für normal lange Menschen, so. Normal lange Menschen, ja, das ist komisch, das frage ich mich einfach auch immer, selbst ich als kleiner Mensch komme schon mit meinen Füßen immer hinten, weißt du? An die Kante, ne? An die Kante, ja, weil ich sitze ja nicht mit dem Kopf ganz am Anfang vom Bett, so, weißt du, weißt du? Ja, die sind halt 1,60 Meter, die Cousins hier, so, ne? Ja, ist halt so, die Mexikaner sind halt echt auch ein kleines Volk, so, und dementsprechend machen die halt auch ihre Betten, so, glaube ich, ne? Ja, das kann sein, das ist auf jeden Fall komisch, ja, also verstehe ich deine Frage, da musst du dich immer so ein bisschen schieflegen. Ja, das geht doch auf dem Rücken, habe ich das Gefühl, so, mein unterer Rücken tut auch schon voll lange, schon voll krass weh, so, also muss ich mal schauen. Oh Mann, ey. Aber alles cool, ich kann hier auf jeden Fall besser schlafen als drüben. Okay, gut. Ja, weil es halt wenigstens von der Breite halt am Start ist, das Bett, was ich bei dir hatte, das war so breit, wie ich ungefähr bin, und trotzdem zu kurz, weißt du? Ja, stimmt. Ja, krass, aber, na gut. Alright. Ja, ich bin gespannt, ich bin auf jeden Fall echt gespannt, wo es bei dir hingeht, ich wollte es dir halt nur sagen, wegen Puerto Cancun, weil die Wohnungen sind, ich war überrascht, wie günstig die sind, weil die View ist krass, Leon, die View ist krass von da oben. Ja, lass uns doch mal so ein Ding angucken gehen. Kannst du da irgendwas klar machen? Ja, ich kann dir mal Jennys Wohnung zeigen. Nee, ich meine aber wirklich, kann die einen Kontakt klar machen. Ach so. Ja, bestimmt. Ja? Ja, die soll man mal den Kontakt klar machen. Dann komme ich nochmal runter, dann gucken wir uns so ein Ding mal an. Was soll's? Die sind pervers, geil. Alleine für den Vlog wäre es cool, glaube ich auch. Weißt du? Ja, ja. Einfach mal zeigen, so. Ja, Mann. Easy. Killer. Okay. So, jetzt telefonieren wir hier voll. Ja, ist interessant. Ist doch cool. Okay, gut. Ich dachte nicht, dass die Leute sich hier abfucken oder irgendwas haben wollen. Nein, nein, alles cool, alles cool. Ich merke mich später nochmal, ja? Ja. Alright, cool. Bis dann. Auf jeden Fall danke, ne? Danke für deine Unterstützung. Ach, kein Thema. Ich weiß es total zu schätzen. Also wirklich. Das ist der Witz. Nein, das stimmt. Und auch an deine Community nochmal, vielen lieben Dank an alle. Ihr seid echt mega cool. Weil ich habe gesehen, da sind viele Leute rübergekommen, haben schon kommentiert und abonniert. Ich habe schon, ja, einige neue Abonnenten. Also, ich weiß es total zu schätzen und freue mich total und das gibt mir auf jeden Fall einen Push. Und, ja, richtig cool. Dankeschön. Habt ihr gehört, Fellas, ne? Ja, danke. Alright. Alles klar. Na gut, dann. Viel Spaß. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Justine, richtige Ehrenfrau. Ein süßer Mensch. Voll. Voll. Ich habe auch zu ihr gesagt, es war auch gut, dass ich jetzt erstmal ausgezogen bin. Du bist auch cool, sagt eine. Dankeschön. Korrekt. Ah, ne, ihr meint Justine, wa? Verdammt, Alter. Ich habe auch gesagt, ähm, vorhin habe ich auch gesagt, äh, was wollte ich sagen? Genau, ich habe auch zu ihr gesagt letztens, dass es, glaube ich, richtig gut ist eigentlich, dass ich ausgezogen bin oder erstmal raus bin aus der Wohnung, auch für unseren persönlichen Vibe so. Weil ich bin jemand, wenn ich mit jemandem zusammen wohne, das läuft bei mir nicht geil und ich bin dann halt auch manchmal nicht so korrekt, weißt du, wie ich meine? Einfach, weil ich genervt bin, dass ich nicht alleine bin und das lasse ich dann manchmal bei der Person auch raus und das feiere ich halt nicht, gerade bei Menschen, die mir halt krass am Herz liegen. Deswegen unserer Freundschaft und unserem, ja, unserer Freundschaft vor allen Dingen kommt das auch zugute, dass ich jetzt erstmal wieder hier ein bisschen alleine bin. Yes. Wollte ich auch nochmal kurz hinzufügen hier an der Stelle. So, ich will.